Ja, wir folgen den Paragon. Nein, wir folgen nicht den Paragon. Ich nehme auf. Hallo und willkommen zur nächsten Folge. Ich habe den Namen meines Projekts vergessen. Model Skyblock. Ja, Model Skyblock. Dankeschön. Bitteschön. Willkommen bei Twilight Skyblock. Yay! Willkommen bei Lilly mit den zwei Frögeln. Ja, das ist auch ein schöner Name. Also wenn hier jemand Vögel hat, dann seid ihr die Vögel, oder? Ich meine, ihr könnt fliegen. Zwei Fröbeln, nicht Vögel. Zwei Fröbeln, nicht Vögel. Ich dachte schon. Ich denke wieder nur an Zögeln. Ja, ja, ich weiß. Ja, echt. Per Wieserpander. Also wir müssen jetzt hier lang, ne? Glaube ich. Ja, hier lang. Was? Achso, ja, weiß ich natürlich. Wir folgen Rumble, sag ich doch. Ja, der hat die Karte. Ich will das nächste Gebiet. Was haben wir denn da? Oh. Hier ist ein anderer Effekt. Oh, Pireswarp. Okay. Oh, oh, oh. Nein, schlechte Idee, hier reinzugehen. Oh ja. Aua, 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 aua. Ja, ich grün auch. Aber wieso ist es so spät? Wenn du ein Streber bist. Echt? So, mal gucken, ob ich das entziffern kann. Irgendwo habe ich hier einen Kobalt gehört. Ja, ich habe ihn gerade gekillt. Der Panda hat's gesucht. Bla 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 blaALL haben wir gemerkt. ist eben, ne? Ja, wir müssen die Minotaurin besiegen. Aha, okay. Aha. Aber wir sind doch da rein. Irgendwie. Yay, ab zu den Kuh. Seht ihr, das ist das, was ich meine, weil der Effekt hört dann auf. Ab zu den Kuh-Dungeon. Jetzt weiß ich auch, was dieser Asche-Effekt soll. Das ist dann das hier. Das sieht geil aus. Ja, sieht nur so lange geil aus, wie ihr nicht brennt. Ja, ist richtig. Au, au, au. Kaum hab ich's gesagt. Ist doch schon wieder so ein Kobold. Ah, das ist doch eine tote Sache. Auf in den Kuh-Dungeon. Na gut, müssen wir Kühe schlachten. Yay. Die uns schlachten. Präum ich mal mein Inventar auf hier. Okay. Besonderer Minotaurus. Na gut. Ähm, so, so. Ja, ich hab ganz viel Müll mit. Egal. Auf geht's in den Kuh-Dungeon. Oder wie auch immer heißt. Yay. Kuh-Dungeon. Willkommen. Ich glaub, wir brauchen ein bisschen Erde oder sowas. Weil ich kann nicht schieben wie ihr. Der Panda braucht Erde. Komm, das braucht lange zum Aufbau. Ja, das wissen wir ja, dass das ewig braucht. Ne. Lücke hier. Baue ich mich schön gemütlich hier runter. Anders als Tiger. Cheater. Die springen heißkalt runter und lachen noch. Analogisch. Arschlöcher. Haben dich auch lieb. Ähm. Du. Au. 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 Mal ein Spinnen gerufen. Hilfe, Hilfe. Sind wir fertig hier? Gut. Ähm. Hat noch jemand Blöcke? Ich hab noch Blöcke. Moment. Ich hab auch noch Blöcke. Ich will hier wieder hochkommen. Das sind doch Spinnen. So. Jetzt komm ich da auch wieder hoch. Umgebung ausrichten. Gut. Auf geht's. Kühe schlachten. Äh. Da hinten noch Rante irgendwas rum. Warte. Ich brauch eine Axt, oder? Hab ich meine Werkband noch? Ich brauch so eine einfache Axt mal. Entschuldigt. Kuku. Dann hab ich ein Holz zu wenig. Na toll. Ich hab noch Holz. Achso. Wo bist du denn? Ach, hier. Hier ist er. Dankeschön. So. Jetzt hab ich auch eine Axt. Achso. Oh, da hättest du immer was gesagt hier. Ich meine. So. Ich will nur vier Stück haben. Wuh. Kneifer. Kneifer? Was ist ein Kneifer? Irgendwie. Huch. Da, da. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, was? Oh. Was wohl? Oh. Weiß ja, ist Mut hier stürzt und stimmt uns an. Was denn? Ich seh nix. Ja, ne? Ich seh nix. Da, da vorne. Hier. Hier, hier, hier. Ich hör und seh nix. Hab nix, ne? Mhm. Ja, die Spawner können wir aber abbauen. Willst du dich noch einen fangen? Ich hab schon ne Kuh. Okay. Okay. Der Spawner ist weg. Doch, der Spawner ist gar nicht. Nur ein Spawner? Deerleaf. TNT. Ironwood. Macewafer. Deerleaf Plate. Aha. So. Okay. Und irgendwie Macewafer. Wafaa, ja. Geht auch noch ne Stealswirt. Hab ich auch. Ich weiß nicht, warum das ist. Iron Stealswirt. Yay. Alles mitnehmen. Nudst du auch. TNT mitnehmen. Gunpowder brauchen wir nicht unbedingt. Äh, da ist ne Kiste. Was? Lauf doch nicht. Ich bin doch gar nicht weit weg. Ich bin doch hier. Ob das ne gute Idee ist? Klar. Charm of Keeping 1. Aha. Ironwood. Steel Leaf Error. Oh, Steel Leaf sind gut. Stimmt. Charm of Keeping. Oh. Was macht man denn damit? Keine Ahnung. Oh. Ähm. Charm of Keeping 2 können wir daraus machen. Toll. Und das Game können wir 3 machen. Okay. Wir brauchen aber mehrere davon. Okay. Kann man die ausrüsten oder so? Wiener. Ups. Klaus doch nicht. Hihihihi. Doch. Ich das auch mal. Kannst du damit nichts? Ist ja das, was ich meine. Hm. Ausrüstung kann man jetzt auch nicht. Auf jeden Fall müssen wir die Dinger wohl für irgendwas sammeln, denke ich mal. Machen wir aber viele davon. Okay. Ja. Vielleicht. Ich auch nicht. Doch, ich denke schon. Ich folge einfach dem Flügelmann. Mhm. Na guck mal. Aha. Hast du bestimmt auch wieder so ein Charm of Keeping drin? Ne. Mace Wafer. Okay. Ja, schon wieder nehmach schon. Mace Wafer, Blazerod, Eisen, Federn. Hm. Sehr merkwürdig. Sehr viel gut. Oh. Überall Kisten. Kohle. Wow. Ah, wobei. Komm mal her. Geh mal her. Geh mal her. Haha. Kannst du mir ein paar Fackeln machen? Und ich höre irgendwie Schleimgerumpsel. Ja, die sind, glaube ich, eine Etage tiefer. Ja. Jo. Jo. Undi dumm. La di da. Mu di mu. Ich weiß nur was er macht. Was? Ich laufe. Und leuchte aus. Und höre ein mu und ein hu. Und ein kikiriki. Ich höre nur mal. Ah, jetzt höre ich aus. Ach Gott. Schnaufen. Kann man das nicht irgendwie zu machen? Moment. Eins, zwei. Drei. Vier. So. Gut, dass ich Eisen dabei hatte. Mu. Oh, Sackgasse. Es Mut, es Mut und wie Sackgasse. Ja, Lava Sackgasse. Lava Sackgasse. Warum? Damit es uns ärgern kann. Da ist Ruhe noch hinterher. Gucken wir uns abbauen. Immer lustig. Aber ich glaube eher nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Nee, da brauche ich nicht, dass da was ist. Sieht nicht so aus. Nö. Vielleicht runter? Ja. Ich hätte es gemacht. Aber weißt du, dass es da weiter runter geht oder was? Wer weiß. Glaub nicht. Hm? Oh. Wieso, wenn man die Lava verschwinden lässt? Nö. Nö. Na gut. Hätte ja sein können. Ich sehe aber ein Problem. Warum? Wir hätten keine Abzweigung. Oder? Nee, das war jetzt komplette Sackgasse hier. Hier ist auch Sackgasse. Okay. Ach mo, hier hinten Mut. Deswegen würde ich mir das hier auch irgendwie markieren oder so. Ach da Mut. Was, wo Mut? Wo denn? Hier hinten. Hier dahinter. Hier steht er. Hier dahinter steht er. Egal. Jetzt versuchen irgendwie Rumblebeest wieder einzufangen. Rumble! Ist der hier lang? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe nur seinen Namen. Gibt nur Einleck. Hier gibt es keine Abzweigung für einen anderen. Kassen. Das ist aber echt merkwürdig. Da ist er. Iiiiih! Wow! Creepers! Und gleich zwei! Guck mal, die haben jetzt alleine ohne mich Spaß. Ja. Und meinen Creeperkopf. Wenn ich davon nicht schon 50 Millionen hätte. So. Mach ich mal. Markierung. Da ist Sackgasse. Na gut. Oh nein! Ein Creeper! Hau die. Töte. Stopp! Du, ich nehme den Helm ja schon ab. Bevor ich mich wirklich noch haut. Dann müssen wir da rein mal gucken. Geht's doch bestimmt runter, oder? Könnte sein. Ja, das ist die Frage. Wo geht's rum? Wir sind noch rum. Ne, mir geht's auch nicht runter. Ein Lammerind. Oh, ein Charme of keeping 1 ist hier wieder. Ja. Da brauchen wir vier Stück, um davon mit einem Zweier zu machen. Ja, dann sammle ein. Achso. Da drin. Da drin. Ich habe ihn. Und einen goldenen Apfel. Yay! Und nochmal diese komische Maze, wofür wir das auch immer brauchen. Folgt dem König. Tschüss. Keine Ahnung. Nein. Auch da. Schleim! Oh, ein dunkler Schleim. Maze Schleim. Ich habe schon eingefangen. Ach so. Hallo Maze Schleim. Lass dir auch was schönes fallen, oder? Ach, ihr leistet Schleim fallen. Das ist ja langweilig. Bisschen Schleim. Oh Gott, mir gehen die Fackeln aus. Was gibt's doch nicht. Ich hab mehr Herz genug. Willst du euch abhaben? Ja, bitte. Danke. Oh, Creeper. Dann töte sie. Dann töte sie. Danke schön. Guck mal auf die Zeit. 13 Minuten. Gut. Creeper ist dort. Mh, ist wieder schleimig. Noch ein Schleim. Uah, Kuh. Au, au, au. Sie geht auf Rumble. Wie ist los? Der geht auf Rumble. Du hast einen Vorhand. Ja. Oh, Sandwarte. Aua. Marsch. Warum sprichst du auf den Raum? Hä? Sie wollte ihn halt kuscheln. So dicht musst du an die Fliecher nicht reinnehmen. Die wollte ihn knutschen. Ja. Ich fand ihn sexy. Oh, ja. Sexy Kuhkörper. Ach, hier ist der Gasse. Oh. Auch noch. Mobbing. Da ist auch Lava. Hier über dem Money, glaub ich. Wie das mal wieder? Na, nur ein Stück. Da geht's noch weiter. Na, hier geht's weiter. Schon wieder so ein Schleim. Hier weg. Ich mag keiner. Manchmal meine Pokenbälle wieder austauschen. Ja, da fängt wirklich alle Monster. Das ist schrecklich. Ich find's cool. Wäre nur cool, wenn man gegeneinander kämpfen könnte mit den Monstern. Das wär noch cooler, ja. Wird mal so ein Monster-Battle-Mod oder sowas. Das wär immer cool. Na gut. Dann baue ich hier wieder ab. Hallo Schleim. Nein. Es sind viele Schleims, ne? Ja. Ja. Oh, oh, oh. Ach. Warum lauft ihr immer in die... In die Leute noch rein? Ich wurde irgendwie nach hinten. Bin dann nach vorne geschlagen. Oh, na. Spinne. Ja, das war die Spinne bestimmt, ne? Ja. Deswegen. Ich dachte, da wär so ein Kuhviech. Ich muss mal in meine Tasche meine Cookies rausholen. Oh, hier klingt's wieder kuhig. Ah, jetzt wieder so vorne links. Ja, jetzt die ganze Zeit schon kuhig. Ja, die Likon gleich. Sehr schön. Bin da, bin da, bin da. Ah, jetzt scheinen aber ein Paar zu sein, ne? Bo? Bo? Das war der. Die lassen doch gar keine Äxte mehr fallen, ne? Nö. Nö. Wir haben die Äxte fallen lassen. Oh, ist der Spawner. Kaputt. Okay. Das läuft irgendwie besser als beim letzten Mal, ne? Ja. Dann wissen wir, wie man ihn ausbrechen kann. Ein Maze-Map-Foki. Sehr schön. Zwei Eisenbarren nehm ich auch mit. Immer wieder gerne. Wir müssen um. Iron Road Plate. Aha. Da ist ein Gitter. Da kommt wieder eine Kuh. Ach, ich hab diese IDs an. Stimmt. Jetzt weiß ich, dass es mich die ganze Zeit verwirrt. Ich glaub F3 und H war das. Ja. Sehr schön. Also ich hab schon fast so ne, so ne Blätterrüstung. Äh, ich hab ein bisschen Blätter. Na gut. Weiter geht's. Auf der Suche nach Eage 2. Auf der Suche nach Eage 2. Ja, hier auch, ne? Ja. Ja, da hinten, wo ich eben war auch. Hallo? Ist hier jemand? Oh, Sackgasse. Ah, sehr schön. Hier nicht. Ah, hier geht's nach draußen. Ist das das, wo wir reingeguckt haben? Nein. Gott, wie groß ist das Ding? Ja, riesig. Wissen wir doch eigentlich. Riesig. Riesig. Ja, und wir sind jetzt in der ersten Ebene, ne? Ja. Ja. Ich werd ab der nächsten Folge auch schneiden. Wir sind wieder beim Anfang. Ja. Ja. Da, wo wir angefangen haben. Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Hier ist wieder ein Maze Wafer für dich. Sechs Stück. Ich hab auch noch zwei Maze Wafer. Sechs Maze Wafer. Ich bin gleich im Kreis gelaufen. Ja. Aber ja, da hinten ging's noch einen Weg weiter. Und Spawnraum aus. Ähm, Spinnaugen brauchen wir nicht. Goldnagels brauchen wir nicht. Das hört hier grad mal ein bisschen um. Gute Idee. So. Da hinten bei der Kiste wart ihr? Ja. Ah, das ist die, das ist ne Startkiste, ne? Was läuft da? Hilfe, ein Käfer. Da. Ah, unten, Minutau. Da, unten. Da, unten. Was zum... Wow. Die hat mich gepackt und gekillt. Pinspiegel. Ja. Ach du Heiniger. Voll. Oh mein Gott. Ich habe ihn gekillt. Und warum habe ich mein Eisenschwert noch? Und meine Rüstung? Vielleicht hast du den Keeper-Dings. Vielleicht ist das der Sinn davon. Ah, das kann sein. Das wäre möglich. Gut, die Kuh ist auch tot. Ich töte die Lauterkühle gerade. Alter. Ich muss mich jetzt mal regenerieren. Wo ist denn der Kuh-Dungeon? Das ist mein Todespunkt. Also das dauert jetzt ein bisschen nicht. Mach mal kurz einen kleinen Cut. Was? Nach der hinten steht er. Läuft bei mir. Ja, genau. Wollen wir dann erst hier lang? Anstrengend. Hier lang, meinst du? Wo ist hier lang? Bei Rumble. Ist noch dunkel. Okay, okay. Wenn der Käfer von da kam, mag ich das nicht. Ah, der war echt brutal. Ich meine, ich habe da mit einem... Ja, ein Feuerkäfer kam auch von hier. ...mit einem Smite 4 draufgeprügelt. Wie viele Hits hat der das Viech? Na toll. Ja, hat sich vergelohnt. Ja. Das ist mal wieder. Oh, sag das. Bei dem anderen, die kommt von hier irgendwo. Ja, der kam von hier hinten. Nein, da ist wieder einer. Ich mag nicht. Wo denn? Da. Oh, wo lauft die hin? Oh, nein. Oh, der ist aber schnell. Oh Gott. Ach, so ein Viech. Ja, so einer hatte mich auch überwischt. Den hatte ich da mal gefangen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die sind gruselig. Ja, die Frage ist, wo geht's in die Mitte runter, ne? Mhm. Ich würde ja sagen, ich bin da hinten weiter nach, wo ich vorhin machen wollte. Hier ist wieder, hier über dieser Kasse. Ach so, okay. Oh, der bot man mir einfach mit TNT. Nee, ich habe keine Blöcke mehr. Na gut. Oh, keine Blöcke. Das ist nun nicht mehr, wo das war. Toll. Ja, es ist nicht gut. Hier ist wieder so ein Käfer. Nein, 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 nein. Geh weg. Oh Gott. Da ist noch einer. Da ist noch einer, da kommt noch einer. Schieß uns ab. Und hier ist auch dunkel. Ja. Da waren wir noch nicht. Also irgendwie waren wir hier, aber irgendwie waren wir hier auch nicht. Das ist merkwürdig. Hier ist irgendwie Erde. Hier kommt noch so ein Käfer. Noch so ein Käfer. Ach du Heiliger, ist hier nichts. Ja. Ähm, der hat mich gerade gefangen. Warum siehst du nichts? Bist du blind? Nein, weil da sie hier in Flammen stand. Ich konnte nicht entscheiden, wo die Flammen aufhören und du anfängst. Oh, hallo, Schleimi. Ja, aber das... Aua. Das ist... Diesen Käfer mag ich nicht. Der ist irgendwie brutal. Wo läufst du denn, Schleimi? Wollt ihr zu mir? Vielleicht? Nein, der ist von mir abgehauen. Ach so. Und hier geht es in die zweite Ebene, ne? Vorsicht. Ja. Ich muss dich ein bisschen zurückhalten. Oh, sie haben mal so eine Axt verloren. Ähm, könnte mal jemand die Kuh töten irgendwie? Ja, der rennt. Ich hab nicht genug Leben. Ja, ich hab selbst mit einer gekämpft gehabt. Entschuldigung. Ich seh sie nicht. Gott. Jetzt halt doch still, du Dreckskuh. Ja. Alter. Ach Gott. Echt, das ist ja fürchterlich hier. Aua. Da kommt, war noch eine. Ich glaub, hier ist so ein Spawning in der Nähe. Ja, glaub ich auch. Irgendwo müssen sie herkommen. Eigentlich muss ich mich zurückhalten. Ich hab nämlich nur noch zwei Rätten gehabt. Ich seh kein Spawning. Na gut. Erste Ebene haben wir. Ach so, Schleim. Ja, hier ist der Abstieg, ne? Ja. Aber ich werd auch nicht den ganzen Dungeon aufnehmen, glaub ich. Weil das wird nämlich zu viel. Oder wir machen so eine lange Folge. Mhm. Ne, ich glaub den ganzen aufnehmen würde ich auch nicht. Das ist, glaub ich, zu viel, ne? Das ist riesig. Der zweite Ebene sieht nämlich genauso aus wie jetzt. Ja. Deswegen würd ich sagen, wir machen dann erstmal Schluss und nachher, wenn wir zum Ende kommen. Gut. Die zweite Aufnimmung oder so. Das ist doch eine gute Idee. Gut. Also, ihr habt's gehört. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt. Sag's. Sag es. Und immer schön Wambus bleiben. Geht auch. Genau. Immer schön Wambus bleiben.